hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von my time at centrock so wir brauchen sisal fasern dafür brauche ich erstmal sisal große frage wo kriege ich denn her von tudy was weiß sie denn im gestrigen treffen war haben wir einen nachfolgeplan für die straße nach porsche organisiert heute treffen wir uns im rathaus um ihn zu besprechen kommen und schließt sich uns an von ernest ich mag das sehr ich hoffe es gefällt dir auch ernest mag sowas okay ein wildes peter ich habe immer noch nicht herausgefunden was du magst rosmarin t himbeeren oh himbeeren das geht klar so dann schicken wir dich mal los du darfst noch mal in den kampf sisal brauche ich wo auch immer ich sie soll her krieg sisal fasern aus sisal von baumstamm sisal kriege ich von baumstamm das müsste ja dann aber schon fast drüben auf der dem neuen bereich sein das ist ja sehr gerne und dich schicken wir auch mal kämpfen henry darf auch so kriegt auch ein geschenk auch so ein und auch du darfst mal kämpfen gehen so da hinten haben wir ja auch noch zweimal wasserdings sehr gut wo ist denn eigentlich unser unser haustier und was haben wir noch in quests das wird ja nicht die einzige doch ist die einzige fünf tage zeit da muss ich mal gucken dass ich jetzt noch sisal krieg und wir müssen ins rathaus fällt mir gerade ein da gehen wir vielleicht gerade vorbei da ist auch noch was drin sehe ich gerade sortieren wir mal alles dann gehen wir mal ins rathaus gehen wir hier lang auch schon länger nicht mehr lang gelaufen so jetzt wo alle da sind lass uns mit dem treffen beginnen mint und ich haben teile der eufaula range untersucht und einen überarbeiteten plan ausgearbeitet den wir allen vorstellen wollen das ist eine karte der südlichen eufaula zwischen sandrock und porsche wir sind hier in der oberen rechten ecke und porsche ist unten links dazwischen liegen die beiden gebergzüge und die riesige wüste für den sandrock tunnel haben wir die kürzeste route durch die eufaula range gewählt um geld zu sparen sie beginnt hier und endet an diesem punkt der einzige nachteil ist dass die felsen auf dieser route größtenteils metamorpho gesteinsformationen sind so dass die bohrmaschine die für diese route verwendet werden muss ich habe meine meinung geändert ich will den roboter benutzen hä hä denselben roboter der sie fast getötet hat dieser typ hat mich überzeugt darf ich sagen sir sie haben einen ausgezeichneten geschmack wirklich ich dachte wir würden das gleiche konzept wie ein porsche verfolgen moment entschuldigen sie dass ich unterbreche aber ich fühle mich etwas verloren sagen sie mir einfach was ich tun soll sicher sicher ich wollte nicht dass du nach bohren musst haha verstehst du bohren egal ok ich komme direkt zur sache ok um es zusammenzufassen wir müssen zuerst die felsen zerschlagen die auf dem weg zum berg liegen dann die sprengladung fertigen die wir für das herstellen des tunnelseingang benötigen und vergiss nicht meinen mobilitätsanzugsbohrer genau wenn du die bauanleitung fertiggestellt hast werden wir den mobilitätsanzug aufrüsten um den tunnel zu graben ich denke dann können wir die besprechung hier beenden ich habe trudy bereits am budget vorgelegt also können wir loslegen alles klar an alle starten wir das projekt porsche verbindung sehr gut also ich könnte ja eigentlich noch kurz mir ein hallo sagen hey ich habe von musa gehört dass du den größten teil der arbeiten am porsche verbindungsprojekt übernehmen wirst das ist großartig kannst du mir helfen na klar ich werde auch einen teil der arbeiten übernehmen ich halte die stellung während du dich um die wichtigen dinge kümmerst reparatur routine reparatur und aufträge mit geringer priorität ich kümmere mich um all das damit du dich auf das konzentrieren kannst was wichtig ist lass uns unser bestes geben äh so es kann so schön sind sich eine pause von aufträgen zu gönnen und zeit im garten zu verbringen oder ich lasse nicht nach ich trage meinen teil zu bei dass sandruck ein grünerer ort wird das ist doch wichtig oder aber sowas von so magst du sowas ich glaube nicht so sehr ne oh doch ist ok mit 4 ist das ganz ok beseitige die felsbrocken das ist gut da wollen wir eh hin weil ich gehe davon aus dass ich dort sisal kriege sicher bin ich mir nicht aber ich hoffe es hi sieht der mein umhang ein cool oder absolut so kriegst geschmorte rippchen das ist cool das ist cool danke bitte so dann können wir jetzt nämlich direkt gucken dass wir dort die felsen abbauen wo geht das eigentlich da hoch muss ich auch nochmal gucken komm ich da hin das ist die frage ne oh das ist die frage kommen wir da hin ups das müsste ich mal noch ausprobieren das müsste ich mal noch ausprobieren hm hm ah könnte da müssen wir dann unbedingt nachher mal gucken da können wir auch eine haltestelle machen sehr gut das heißt die haltestelle steht auch wieder an müssen müssen wir wieder eine bauen weil dann können wir da auch hin fahren und brauchen nicht immer hin laufen granit kalkstein sehr gut die machen wir gerade mal weg da müssen wir die sprengladung bauen zwei von vier haben wir erst drei von vier ach so den muss ich sammeln nehmen wir natürlich mit so das dürften dann vier von vier sein wow kein einziger stein in sicht unsere ausrüstung sollte jetzt problemlos auf die baustelle gebracht werden können auf jeden fall fantastische arbeit karl jetzt haben wir einen direkten weg zur tunnel baustelle ich bin noch dabei die bauanleitung für den sprengstoff zu bekommen also achte in den nächsten tagen auf deine post machen wir so jetzt muss ich mal gucken wo ich hier sisal von bekomme neblige bassia davon glaube ich nicht rosmarin rosmarin kleeblume was kriegen wir davon alfalfa ah ok kleeblume ist alfalfa sandgras da ist doch ein baum den kann ich aber nicht fällen den kann ich aber nicht fällen avocadobaum das ist aber so ein kleiner platzende ölfrucht das ist der illusionsbaum von dem bekam wir glaube ich auch keine sisal den haben wir schon gefällt medizinischer saft und hart holz guck mal hier weiter eine zuratte die hatten wir jetzt auch noch nicht da ist noch eine so die haben wir sandgras ist auch nur das sandgras keine bäume keine bäume hm wie sieht es denn hier aus das ist echt die frage wo kriegen wir sisal her ja ich glaube hier war ich in der early access nie kann mich nicht erinnern dass wir mal gegen diese zu ratten gekämpft hätten außerhalb später nachher beim malwurst ding aber sonst glaube ich nicht aber dann gucken wir mal was hier ist vielleicht finden wir hier das sisal hör auf hier irgendwas rumzuspritzen hör auf hier irgendwas rumzuspritzen so harte tierhaut eine reichweitenratte ok was über reichweitenratten gelernt boah genau boah sag ich auch immer so ist hier irgendwas außer dass es da ganz schön tief runter geht ist da nicht wirklich was den kann ich nicht fällen und den kann ich auch nicht fällen hm sisal wir können aber mal gucken ob wir da hochkommen das wäre vielleicht ganz interessant sonst muss ich echt gucken wo ich sisal herkriegen könnte kalkstein und schwefel hm 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 ich hatte ja echt so ein bisschen die hoffnung dass wir das hier über die bäume kriegen jetzt gehen wir mal da hoch mal gucken ob wir da hoch kommen das interessiert mich nämlich was da oben ist ob wir da überhaupt hinkommen ne das ist natürlich noch die nächste frage aber da hier so ein weg hoch geht sind die chancen durchaus da würde ich sagen wir müssen halt mal die zwei wüstenhüpfer hier noch entfernen wir müssen halt mal die zwei wüstenhüpfer hier noch entfernen drei wüstenhüpfer 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 So hier war doch eine Viper genau da. Über was Mount Vox hat gelernt? Wo kommst denn du her? So. Nicht, dass uns die Energie ausgeht mit dem Kampf. Das wäre das Letzte, was wir gebrauchen können. Was bist denn du für ein blöder Hüpfer? Dreht einfach wieder um. So, ist ganz schön viel los hier. So, die haben wir. Ja. Warum glitzerst du? Wenn ich... Achso, dann könnte ich die... Jetzt sind wir aber immer noch nicht dort, ne? Bin ich hier irgendwo falsch abgebogen? Okay, müssen wir nochmal hoch. Jetzt gehen wir aber geschwind erstmal zur Haltestelle. Und lassen uns mal nach Hause bringen. Oh, das sind noch Events. Okay. Die machen wir aber am letzten Tag. Nicht mehr am heutigen, würde ich sagen, oder? Gucken gleich mal, wie spät das ist. Äh, das können wir vielleicht noch machen. Oh, das ist die berühmte wandernde Ypsere Ranch, oder? Haha, aber hallo. Hey Mabel. Sieht so aus, als würde unser Ranch berühmt werden. Wow, du kommst den ganzen Weg nur für uns? Das haben wir früher nie getan, aber seit kurzem liefert diese große Ente Jagdmüllmilch für uns aus, und wir wollten mal sehen, was es damit auf sich hat. Vielen Dank dafür. Wir haben nicht wirklich Händler, die durch unser Dorf kommen. Also bekommen wir normalerweise nicht viel anderes als Sandreis. Deine Tochter war eine Lebensretterin. Ente, sagst du? Ja, deine Tochter ist die Tierflüsterin, die mit den Tieren sprechen kann, richtig? Sie ist überall berühmt. Mein Sohn wollte von ihr lernen, wie ein Wolf zu sprechen, und jetzt hört er nicht mehr auf zu heulen. Aber es ist toll zu sehen, woher das alles kommt. Danke, dass wir vorbeikommen durften. Haha, ist das nicht schön? Hey, Ma, Pa, was macht ihr denn da? Wir wurden von ein paar netten Touristen besucht, die anscheinend von einem bestimmten Mädchen besucht wurden, das mit Tieren sprechen kann. Nun, ganz so ist es nicht. Ich bevorzuge den Begriff Monsterflüsterin. Jetzt sieht es so aus, als müsste jemand ein kleines Versprechen einhalten. Hm? Coop? Die Wette, ich habe sie ganz vergessen. Haha, also, Pa? Sieh dir unser Mädchen an, wie erwachsen es geworden ist, Coop. Sie ist wirklich etwas, auf das man stolz sein kann. Jetzt komm schon. Ahem. Es tut mir leid. Hm? Was war das? Ich habe nicht wirklich etwas gehört. Ich dachte, du würdest etwas sagen, Coop. Ach, was soll's. Na schön. Ich wollte dir nur sagen, dass ich schon immer davon geträumt habe, dass du eines Tages mit deinem Vater auf der Ranch arbeiten würdest. Wir würden so viel Spaß haben, die Dröge zu säubern, den Stallboden zu schrubben, die Felle zu wachsen und... Du schrubst ab, Coop. Und das kann er am besten. Was ich sagen will, als ich herausstellte, dass dir die Arbeit auf dem Hof nicht gefiel, hätte ich dich nicht zwingen sollen, weiterzumachen. Ich hätte auf deine Mutter hören und dich neue Dinge ausprobieren lassen sollen. Das tut mir leid, Elsie. Ich liebe dich und bin stolz auf dich. Und jetzt komm rein für ein Stück Kuchen. Danke, Pa. Danke, Ma. Ich liebe euch auch. So, hi, Elsie. Carl, wenn du mir etwas zu sagen hast, dann sag es einfach. Nicke nicht einfach nur mit dem Kopf und lass dir Leute raten. Ich sag das nur zu deinem eigenen Besten, weißt du? Ich beschwere mich nicht nur. Kriegst du... Das weiß ich, das kommt bei ihr gar nicht gut an. Habe ich noch so einen goldenen? Ne, aber der tut es auch. Danke, ein Mädchen kann nie genug Köder haben. Genau. So, jetzt gehen wir aber erstmal schlafen. Und ja, damit würde ich sagen, beenden wir noch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, in diesem Sinne. Gucken wir hier gerade noch kurz nach Wasser. Ich habe nichts. Dann machen wir mal geschwind noch welches. Ähm. Wir können ja zumindest ein bisschen welches machen. Der darf noch weitermachen. Da sammeln wir mal geschwind nur ein. Da sammeln wir auch nur ein. Der darf auch noch weitermachen. Da müssen wir mal auffüllen. So. Ja, und dann können wir hier auch ein bisschen auffüllen. Zumindest ein bisschen. So. Und jetzt dann aber auch wirklich. Ich sag danke fürs Zuschauen. Und. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020